Das Testergebnis ist unerwartet. Gibt es dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin. Der Wann-Syndrom. Es heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei ihm. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Ich habe auch einen Cousin in New York. Der kann eben auch mit mir sehr gut reden. Ich spreche Englisch in dieser Weise. Und wenn ich in New York bin, dann spreche ich mit den Leuten und es ist ziemlich fluently. Und wenn ich im Brasil bin, wir sprechen mit mir. Denn ich kann sagen Portugues. Was passiert mit dem Vater? Komm hier, nicht Angst. Komm, wir haben eine Zerbezüge. Das war's für heute. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1.